So, hier sind wir wieder bei der Herr der Ringe der Krieg im Norden in Bruchtal und wir sprechen nun mit Elrond. So, hier sind wir wieder bei der Ringe, wenn man es braucht. Aber ich glaube, Sie sind hier für mehr als ein Gespräch von Mordor. Haben Sie Fragen für mich? Ich habe diesen Schroll in Fornost gefunden. Ich dachte, es wäre besser, ihn zu deinem Wissen zu bringen. Eine wunderschöne Entscheidung. Das ist in der Black Speech von Mordor, eine Sprache, die ich hier nicht versuche. Es ist bereit, den Reader in die Verwendung der Schmerzen. Dann ist es gut, dass wir das von den Schmerzen ausführen können, bevor es möglich sein kann. Was wird davon sein? Ich werde diesen Schroll in der Schmerzen. Aber warte, hier habe ich mehr herausgefunden. Lass uns das hier in den Schmerzen geschrieben. Ich werde euch bei den Schmerzen aus den Schmerzen, in der Schmerzen von den Schmerzen, der Herr Schmerzen, für den Sie meinen Schmerzen der Wolfram und die anderen, die geliefertigen werden. Ich werde nicht mehr über diese Blasphemien sprechen sprechen sprechen, aber es sagt, dass dieser Schmerzen ist einer von sieben so vielen Werkzeugen. So, sechs mehr sind. Vielleicht können wir sie auch abholen? Das wäre ein großartiges Service für unsere cause. Wenn du sie alle zurückholst, bringst du sie zu mir, und ich werde sicher, dass sie zerstört werden. Warum nicht zerstören diejenigen, die ich sofort finde? Burn sie oder sie zerstören? Du findestest, dass die Werkzeuge dieser Art nicht so schnell zerstört werden. Es gibt starken Wälder, die sie auf dem, die sie aus dem Grunde verhindern. Aber ich habe die notwendige Wälder, um diese Wälder zu entfernen. Wenn du sie die Schrauben, bringst du sie zu mir, und ich werde sie zerstört werden. Ich werde sicher, dass sie so machen. In der Zwischenzeit, bitte akzeptiere das, in appreciation für diese Sache zu bringen. Vielleicht wird es für Sie in Ihren Gehen. Es gibt etwas anderes. Ich finde diese Tome, hidden amidst die Ruins in Fornost. Es scheint, ziemlich alt zu sein. Ah, das ist eine Art von einer sehr wunderschönen Art. Das war nicht von einem Minion von Sauron, sondern von Arthodyne, wahrscheinlich vor dem Fall von Fornost. Die Schrauben sind zu verbrechen, und die Schrauben sind zu verbrechen, für mich zu machen. Vielleicht kannst du mehr herausfinden. Ja, das ist eine Art von Arthodyne. Malbeth? 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 Talion wählen. Malbeth? 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 mehr informationen bitte wow das waren aber viele informationen da kommen keine informationen schade auch ja der ist schon nicht schlecht aber jetzt hätte ich noch gerne informationen über den ersten ring die geschicklichkeit lalalala wir nehmen mal den zweiten so unser erster ring den wir leider noch nicht anziehen können aber was soll's wir müssen jetzt eigentlich mit einem hier im bruchteil geredet haben deswegen gehen wir jetzt mal hier über die brücke und schon acht da ist arwen ja jetzt geht auch wenn micha vannin well matt and welcome to the safe haven of him notress micha vannin lady arwen it is a great honor the tunatine are always welcome here you have enjoyed great danger and given us urgent warning of a new threat to the north for this we honor you eridan it is my duty as a ranger nothing more i am glad to be of service to my lord aragorn you share the modesty worthy of a hero estelle and my brothers have spoken highly of your courage at fornost and i thank you for your part in seeing to my brother's safe return please take your ease and rest a while in our halls you will find all your heart desire whether it be food drink song or storytelling i have watched hobbits from their borders but seldom spoken with them is bilbo typical of his kind i had once thought bilbo unique but now that i have met frodo i say that elves know less of hobbits than we think they have a strength within that is far greater than their stature how many of us thinking ourselves strong could have borne the ring as long as bilbo did without being turned to evil it sustained him so that he is now very old amongst his kind but it did not stain him nor has it lessened his love of poetry and song dear old bilbo i believe there is nothing he loves more except a good meal in that he remains a true hobbit i have an errand i must not forget here is an unfinished poem from bilbo he asked for your opinion and advice saying the subject is very close to your heart then it must be about astel he is fond of writing verses in honor of his good friend and therefore often comes to me for advice you may leave it with me eridan i will give it some thought and answer him myself thank you lady perhaps the time will come when i can enjoy these gentle arts but that time is not today your father has tasked me with scouting the etinmores then i will not keep you but we may be of service to one another i am helping my father brew a potion known as miribor one sip of miribor can renew heart and soul and bring new vigor to weary limbs i am in short supply of certain rare ingredients that may be found in the etinmores if i gave you a list of the ingredients perhaps you could bring any you find while carrying out your mission with enough ingredients i will return the favor by brewing an extra flask that you may have for your own news gladly lady arwen that is a generous offer should i find what you require i will return to you once my mission is complete so mit arwen is nun auch gesprochen wir gehen jetzt einfach noch mal zu bilbo und gucken was der und so zu sagen hat da wir jetzt das gedicht abgegeben haben oh da geht's hoch greetings i hope the lady arwen will have some good suggestions for my verse i'm really most eager to finish the thing do all hobbits share your love of poetry yes i suppose so although usually our songs and poems concern good food good drink and good humor all those things we love the most it's quite a bit different from what you find here in rivendell yet you said you were writing a poem about aragorn well well one can't live long among the elves without um some of their habits rubbing off i suppose although i doubt i will ever match the elvin appetite for music poetry and tales they seem to like them as much as food maybe even more you have a poem to write i have a task before me as well goodbye for now mr baggins ja wunderbar wir haben ja jetzt noch von m arwen eine neue ähm na wie heißt es eine neue aufgabe bekommen bei der wir hier wie es oben rechts schon steht mehrere mehrere sachen sammeln müssen wir gehen jetzt aber noch nicht zu den ethinöden sondern erst mal zu sahnfurt zurück da wir da ja noch die atelaskräuter abgeben müssen die schon vor einigen parts fällig waren also dass wir die hierher bringen müssen so zu der hier let me see what you have found yes this is indeed a thales now according to the old law all i need to do is add these leaves to boiling water let elran breathe in these fumes selana and eridan as well how can this be i thought you were all slain but no that was only the dark voices in my dreams yet it was not all a dream was it no the battle was real enough we were overmatched yet you fought bravely i tried to do my part but i'm afraid i was not much use i remember being scared mostly and then the darkness fell i thought it was the end of all things thankfully selana knew how to save you mine was the knowledge that eridan found the herb that saved you at great risk to his life then i owe you my life friend please let me show my appreciation my weapons were made in lost numenor in the distant past they've been in my family for generations i want you and your friends to have them now a noble gift thank you rest now and recover your strength farewell to you both ja wunderbar silana hast du uns noch was zu sagen it is hard for a healer to be so helpless you have done a great thing in saving the lads life that is one at least the darkness will not claim thank you it took both of us to save his life thank you and farewell are you in need of healing nein mit der wollte ich jetzt eigentlich nicht noch mal reden das ist silana das ist elaran warte er heißt elaran und ich heiß eradan man sind das wieder eine einfallsreiche namen moment mal kurz ich muss mal kurz in die aufgaben gucken was wir so haben vollendete aufgaben oh wir sollten hier noch sachen in den in den hügelgräber höhen machen nebenaufgabe lorien herausforderung nebenaufgabe der kult des liedlosen auges ach das sind die schrift rollen die wir noch holen müssen dann die ostgilead herausforderung und jetzt für auen noch ein paar blütenkristalle und den berghonig sammeln jetzt gehen wir noch mal ganz kurz nach bruchtal verkaufen noch mal wir könnten auch hier verkaufen aber jetzt haben wir schon einen neuen ort deswegen bleiben wir auch da mehr zu bruchtal und hier wieder zu elori wir verkaufen natürlich wieder haben wir neue sachen oder nicht genau das schwert kommt noch weg den ring behalten wir noch auch belohnung von erler elleran ellerans schwert ellerans handaxt da wollen wir doch mal ein paar mehr informationen das schwert ist eigentlich echt gut und wie schaut es mit der axt aus nein ich will informationen über das schwert noch mal das schwert hat sogar mehr schaden drauf das heißt das nehmen wir mal und legen es dann für den streitkolben an das heißt jetzt haben wir hier so zwei waffen wunderbar oder nicht ja und bevor wir jetzt in die etnöden gehen jetzt waren wir zwei parts lang hier lang in bruchtal und alle möglichen deswegen gibt es im nächsten part dann erst wieder weiter wenn es dann in die etnöden geht und deswegen bis dann also haut rein